Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Ugo. Ugo? Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Amicia, was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Wo sind denn nur alle? Die sind ganz schön groß. Die tun dir nichts. Was sind das für Geräusche? Sind die krank? Sie fauchen bloß. Komm, wir müssen weiter. Oh, Äpfel. Ugo, jetzt nicht. Aber nicht anfassen. Die sind alle verdorben. Aber ich habe Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Rauch. Da müssen eine Menge Leute sein. Verzeihung, bitte wartet doch. Madame? Was haben sie denn nur? Die waren ängstlich. Verzeiht, ich bin die Tochter von Sineur Robert de Rune. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Jemand hier. Ich bin mit meinem kleinen Bruder hier. Das Anwesen der der Rune wurde angegriffen. Ich fehe euch an. Bitte helft uns. Ich bin jetzt am Kongress. Was ist denn hier nur los? Ist hier jemand? Wir brauchen Hilfe. Es macht niemand auf. Was ist nun los mit ihnen? Bitte, so helft uns doch. Geht weg. Aber ich bin die Tochter eures Herrn. Ich kann's nicht glauben. Sie verstecken sich. Ich bin die Tochter. Ich bin die Tochter. Ich bin die Tochter. Was ist das? Wir haben zu lange gewartet. Ich sagte dir doch, wir müssen weg. Und wo sollen wir hin? Da ist jemand. Wir kommen zurück, wenn alles vorbei ist. Wir sind alle tot, bevor das hier vorbei ist. Das reicht. Ich will nicht mehr darüber reden. Sieh mal, da hat jemand Wasser auf die Türen gemalt. Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Hier war ein Feuer. Sie haben alle Möbel verbrannt. Amicia, gehören die Äpfel an den Bäumen ein? So wie die Dinge im Moment stehen. Ja. Oh, danke. Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Mein Gott. Ihr! Ich flehe euch an! Holt Hilfe! Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, wartet! Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden? Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad mal vor gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Glaub, Hugo! Was ist los, Amicia? Glaub einfach! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Wir müssen uns verstecken, Amicia! Hier, los, rein da, schnell! Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht! Warte! Hä? Hm? Was soll dieser Lärm? Komm! Fass geschafft! Dem haben wir es gezeigt! Da seid ihr ja! Ah! Nicht daran! Wo? Wo sollen wir lang? Komm! Lauf so schnell du kannst! Da! Die Mauer! Sie kommen! Schnell! 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 Wir hätten nicht herkommen dürfen! Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus! Gut, jetzt können wir raufklettern! Komm! Kletter hoch! Na gut! Kein Mucks! Die Kette sieht nicht sehr stabil aus! Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Hilf mir beim Schieben! Na gut! Komm! Ich hebe dich hoch! Ja! Gut, wir haben es geschafft! Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden! Aber du hast deine Schleuder! Du kannst uns beschützen! So einfach ist das nicht, Hugo! Oh! Fremdlinge! Nein! Schnell! 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 Die Leiter! Hochklettern! Du zuerst! Die sieht nicht sicher aus, Amicia! Wir haben keine Zeit! Sie kommt! Sie wird nicht halten! Nein! Nein! Habe ich doch gesagt! Ja! Hugo! Wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück! Amicia! Komm her! Auf diese Seite! Da bist du ja! Ich habe was zum Raufklettern gefunden! Gut gemacht! Ich werde sie herunterholen! Pass auf! Na los! Komm schon! Hier! Gut gemacht! Ich hatte solche Angst! Tut mir leid wegen der Leiter! Mein Fehler! Du hattest recht! Wir müssen nach Hause! Das geht nicht! Nicht ohne Laurentius! Amicia! Versteck dich! Und? Wo zum Teufel sind sie? Konrad! Wir... Wir haben das Gebiet umstellt! Vor ein paar Minuten waren sie noch hier! Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort! Ruft die anderen und sperrt die Straßen! Wenn ich die Belgier erwische! Wenn ich sie Stück für Stück in die Hölle zurückschicken! Die kommen hier nicht lebend raus! Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren! Wir müssen Unschuldige verbrennen! Kinder jagen! Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf! Findest du es normal, dass er... Was war das für ein Geräusch? 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 Ich hab was gehört! Da bin ich mir sicher! Nein! Ich bin wieder! Hier! Was jetzt? Ich weiß nicht! Wir sitzen in der Falle! Oh nein! Schnell! Bitte! Ich versuch's ja! Das hält sie nicht lange auf! Schnell! 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 Sie wissen, wir sind hier! Komm raus! Es gibt keinen Kopf! Renn die verdammte Tür auf! Nein! Sie klemmt! Ugo, du musst da durchklattern! Mach mir auf! Na gut! Mach die alle hier! Ja, ist ein dritter Tor! Kannst du es entfernen? Ich versuch's! Beeil dich! Schnell, Ugo! Bitte! Ich versuch's! Ugo, er ist hier! Ich versuch's! Ugo, tu doch was! Lauf! Ich sagte doch, dass wir uns nehmen! Ich kann nicht mehr, Mischa! Oh, bitte! Wir müssen weiter! Nur noch ein kleines Stück! Eine Sackgasse! Wir sind erledigt! Hier entlang! Habt keine Angst! Kommt ran! Schötert! In diesem Viertel wütet die Seuche besonders schlimm! Wo sind sie? Wir sagen, Konrad, wir haben sie verloren! Ich bleib nicht hier! Schötert! Hier seid ihr sicher! Hier werden sie niemals nach euch suchen! Ihr seid ja nass bis auf die Knochen! Oben habe ich frische Kleidung für euch! In einer Truhe im Schlafzimmer! Seid... Seid ihr sicher? Vielen Dank! Weihrauch! Das riecht wie zu Hause! Mutter hat das auch verwendet! Das ist besser! Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia! Nein, noch nicht! Erst müssen wir zu Laurentius! Das ist dumm! Sie werden uns fangen! Hugo! Wir tun, was sie uns gesagt hat! Hörst du? Hugo, warte! Sie passen euch! Sie passen euch! Gut! Sie haben meinen Enkeln gehört! Oh! Ich heiße Clairvi! Ich bin Amicia! Und das ist Hugo! Und das ist Hugo! Bedank dich, Hugo! Vielen Dank! Clairvi! Was geht hier nur vor sich? Die Pest! Die Pest! Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet! Es ist entsetzlich! So viele sind gestorben! Wo sind eure Eltern? Zuhause! Sie warten auf uns! Wir suchen nach einem Doktor! Laurentius! Oh! Magister Laurentius! Ja, der Mann kam her und hat dem Hospiz ausgeholfen! Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen! Keiner nähert sich mehr der Kirche! Aus Angst! Wir haben keine Wahl! Wir müssen nachsehen! Ihr werdet dort umkommen! Aber niemand hört mehr auf die alte Clairvi, also... Ich sehe, du trägst eine Schleuder! Du wirst sie brauchen! Aber so taugt sie nicht viel! Geh in den Hof! Dort findest du ein paar neue Lederstreifen! In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren! Hab Dank für die Hilfe! Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen! Gut, ich hab das Werkzeug! Jetzt brauche ich nur noch das Leder! Leder! Gut, dann an die Arbeit! Komm schon! Ganz ruhig! Konzentrier dich! Schon viel besser! Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern! Gut, ich sollte mich bei Clairvi bedanken! Ah! Und? Viel besser! Vielen Dank! Vielen Dank, Clairvi! Vielen Dank für alles! Hier habt ihr sie verloren? Ja! Sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst! Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf! Sei still! Kinder! Macht nicht so viel Lärm! Ich will zu Mama! Sei still! Du bringst uns noch um! Mama würde uns beschützen! Genug jetzt! Ich will zu Mama! Mama ist tot, Hugo! Du siehst sie nie wieder! Papa auch nicht! Amicia! Du, du lügst! Sie wurden beim Haus getötet! Alle beide! Also sei still! Du lügst! Du lügst! Ich hasse dich! Bitte hört auf! Hugo, nein! Hugo, warte! Nicht rausgehen! Das ist doch verrückt! Hugo, komm zurück! Was macht er denn? Wo sind sie? Wo sind sie? Oh nein! Er wird uns noch umbringen! Hugo, bitte! Es tut mir leid! Warte! Mein Gott! Oh Gott! Hugo! Ich hätte dich nicht anschreien sollen! Hör mir doch zu! Nein! Lass mich nur! Es tut mir leid! Oh nein! 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 Ihr Monster! Lasst ihn in Ruhe! Da warst du also die ganze Zeit! Nein! Wartet! Wir wollen hier nur wenden! Ja! Ihr werdet verschwinden! Und das für immer! Bitte nein! Ich... Ich wollte das nicht! Amicia! 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 Ugo! Ich... Ich komme! Bitte! Er darf nicht tot sein! Er darf einfach nicht tot sein! Hugo! Lass mich los! Ah! Lass mich los! Hör mit der Zappelei auf! Wir warten noch auf deine Schwester! Hahaha! Amicia! 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 Ah! 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 Ich bin... ein wenig eingerostet! Ah! Ah! Du bist ganz schön flipp! Aber ich brauche nur einen Treffer! Nur eins! Ah! 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 So eine bist du also! Gut! Das wird mir helfen! Lass mich los! Ah! Ich habe... Ich werde dir zeigen, was es bedeutet! meinen geliebten Menschen zu verlieren! Ah! 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 Das reicht! Ah! Weiter sein! Nur der Tod kann dich aufhören! Die Süße und Arme des Todes! Ah! 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 Amicia! Du hast ihn getötet! Komm mit! Ah! Ah! Komm mit! Vielen Dank.